Weiter geht es, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake und direkt vor unserer Nase steht der gute Root und füttert Enten oder Katzen? Was tut er da? Ist denn das Enten? Ist er ein Ententyp? Der kann gar nicht böse sein, wenn er Enten füttert. Tauben. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an, das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will nennen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings... Lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Ach. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Ne große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ach, Ruot. Wir wissen doch beide, dass du eine Lachnummer bist. So. Aber... Aua. Au. Helikopter. Das ist ja witzig. Okay. Du willst es nicht anders. Du kriegst als allererstes ne Analyse. Und... Oh, Wind. Das ist aber schön. Ja, irgendwie klingt das sehr metallisch. Ähm. Gut. Ruot mag kein Wind. Na, wenn das so ist. Gestatte mir. Halt. Ach. Mit solchen Dingern kommst du dir an. Ja. Guck mal hier. In dem Schock. Kloppen wir ihn mal ein bisschen weich. ATB-Balken ist voll. Mmh. Ausgezeichnet. Hier, guck mal. Wind. Nicht schlecht. Hey, dein Brille ist kaputt. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Dieser Typ. Nein. Ich habe jetzt das richtig an. Ich mag den Typen. Ruot ist immer noch der coolste von denen. Nein. Komm, meine Befehle. Du könntest den Job wechseln. Hey, kennst du schon Limit Breaks? Jetzt wird angerechnet. Du hast mich nicht. Oh. Au. Siehst du? Laut ist stark. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Jetzt reicht es aber hier. Unterschätze mich nicht. Heilbinde. Rett los. Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Au. Seine Hits sind mega cool. Die gefallen mir. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass... Oh. Ach, egal. Komm. Du darfst Blitz machen. Während du... Während du... Ah, okay. Dann gibst du dir erstmal einen super Trank. Gönn dir. Huh. So. Easy. Bitte. Lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hä? Hey, Root! Sorry für die Unterbrechung. Aber die Slums im Sektor 7 rufen. Die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Au. 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 Ja, wie schon gesagt. Root ist ein lustiger Geselle. Ich mag den Typen. Also es gibt ja so verschiedene Turks. Und zwei haben wir jetzt schon kennengelernt. Reno und Root. Und Root ist immer noch der lustigste von den beiden. Reno ist so... Weiß nicht. So. Der könnte, ähm, so ein Hütchenspieler sein, ja. Und würde es trotzdem... Würde sein eigenes System nicht verstehen. Also... Kein Plan. Aber ey, stopp. Jetzt... Warte hier. Na. Hä? Das war jetzt eine doofe Kamera-Posi. Komm einfach mit. Danke. Das ist schön. Wir dürfen jetzt hinterher, weil... Das letzte Mal konnten wir da nicht hoch. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, hier oben gibt es eine Materie. Toll. Jetzt kann ich hier nur den Schleichmodus starten. Ah, jetzt geht's. Ich hab's gesagt. Hier oben gibt's eine Materie. Redest du mit den Blu... Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was... Haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Na. Na. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie... Hab ich ein seltsames Gefühl. Aber... Es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen... Kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem... Hör ich sie nicht. So sehr... Ich's versuche. Und langsam... Hab ich genug. Geduld... Ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt... Siehst du aber nicht aus. Na ja... Heute... Ist ein... Besonderer Tag. Äh... Wieso... Das denn? Komm... Gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja. Das haben wir. Okay. Wir gehören jetzt... Zu den Personen... Die... Zu den komischen Personen... Die mit Blumen reden... Und Pflanzen und so weiter. Als nächstes kuscheln wir Bäume... Und... Und... Und verlangen dann... Äh... Das ist so herrlich. Da gab es mal so einen Bericht drüber. Von irgendeinem... Also so eine Reportage oder irgendwie sowas. Da kam dann so eine... Ja, sie sind eine... Äh... Was war denn das? Ähm... Stimmt, sie sind... Sie sind eine echte Druidin und können mit Bäumen reden. Ja, das ist wahr. Und dann hat diese Person diesen... Äh... Diesen Baum umarmt. Und so... Und was sagt der Baum jetzt? Ähm... Er sagt, lass mich los. Das ist so geil. Ich schau mal, ob ich dieses Video finde. Es gibt es sicherlich noch bei YouTube. Die... Die Person meinte das ernst. Oder wurde sehr gut dafür bezahlt. Ich weiß es nicht. Du willst schon zurück? Naja... Haben wir noch was anderes? Nein. Also gehen wir zurück. Los, deine Mutter wartet. Gut, ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung. Aber ich möchte, dass sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden sie sich damit ab. Schon erledigt. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger. Nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Claude. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen. Weißt du? Ich komme auch alleine, klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Ja. Eris Mutter ist so liebenswürzig. Und, ähm, ja, das war eine süße Cutscene, in der wir einmal kurz Claudes Mutter sehen konnten. Aber jetzt muss man gucken, ob das so ähnlich ist wie im alten Spiel. Ah, okay. Stell dich heimlich davon. Ich muss hier wirklich langsam gehen. Ähm, pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Oh, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Hier. Okay. Dann probieren wir es doch. Hier ist ein Mülleimer, Müllsäcke. Leute, macht doch mal sauber. Ihr habt so ein schönes Haus. So, Vorsicht. Aufpassen. Geradeaus weiter. Die Treppe hinunter. Ich wette, die knatscht. Ich kann hier immer Stufe für Stufe gehen. Gehen Sie endlich. Öy. Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Bekomme ich zumindest noch Geld von dir? Dafür, dass ich deine Tochter nach Hause gebracht habe? Nichts für ungut. Kannst du noch mehr? Nichts für ungut. Erzähl mir das nochmal. Ich kann mir den Text nicht merken. Nichts für ungut. Was? Nichts für ungut. Ah, okay. Ich soll hierbleiben. Okay. Hauen wir mal ab. Es ist in Ordnung. Ich meine, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Eris ist befreit. Jetzt geht es wieder darum, zu unseren Freunden von Avalanche zurückzukehren. Also auf nach Sektor 7. Bei Nacht. So kennen wir die Slums von Midgar. Dunkel. Ekelhaft. Aber vor allem es ist ruhig. Oh, es ist ruhig hier. Das ist so wunderschön. Gucken wir uns doch erstmal um. Das ist dieser Weg, den wir vorher nicht gehen durften. Den dürfen wir jetzt gehen. Das ist schön. Das ist sogar ziemlich perfekt, würde ich behaupten. Ja, komm. Die Materia, die holen wir uns, also die eine Materia, die in der Kirche liegt, die holen wir uns einfach später. Ich weiß, dass da eine liegt. Also wir wissen, dass da eine liegt. Und ich weiß auch, dass wir hier sicherlich nochmal wiederkommen. deswegen, sag mal, wo laufe ich denn hier lang? Ich laufe hier umwege. Ich glaube, ich will hier gar nicht weg. Oder ich wurde verzaubert. Ich wurde verzaubert. Eris ist eigentlich eine Hexe und hat Cloud jetzt dazu veranlasst, immer im Kreis zu laufen und nicht in die Richtung, die er eigentlich gehen soll. Hier ist das sicherlich... Nee, es sah so aus, als ob es hier Kisten gibt. Sehr schön. Mit Vergnügen. Hey, Cloud? Was ist denn los? Ach, nichts. Okay. Dann halt eben nicht. Super, wir haben eine Fremdenführerin. Die hilft uns jetzt sicherlich hier durchzukommen. Auf nach Sektor 6. Oh. Das klingt echt nicht schön. Ich laufe jetzt bewusst ein bisschen langsamer, weil ich denke, dass... Oh. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Leben. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lobe ich mir. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Okay. Aerith weiß wo es hier abgeht. Ja. Ich dachte mir ich laufe hier ein bisschen langsamer weil die Kommentare ziemlich gut sind an der Stelle. Also die Dialoge die so zwischendurch aufploppen sind echt vernünftig und liefern schöne Backgrounds die halt eben das ganze Spiel nochmal schön ausgeschmückt haben. Details die man in Final Fantasy 7 in der urschen Version bekommen hat. Wie beispielsweise den Aufbau von Midgar oder wie jetzt hier der Wall Market entstanden ist. Aber das macht ja nichts. Trotzdem schön hier. Oh. Die Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, ne? Äh. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Hallöchen, was bist du für einer? Ach so einer bist du. Dich kannten wir schon. Ich habe mich nur gerade eben ein bisschen erschrocken, weil auf einmal kommt ein Gegner um die Ecke geflitzt. Seltsame Musik, die sie hier eingespielt haben. Es gibt auf jeden Fall hier auch einen neuen Soundtrack. Zumindest kann ich den jetzt hier gerade nicht so richtig identifizieren. Okay, wenn du nicht von alleine runter kommst. Moment, irgendwas war doch mit dir. Ich glaube, du warst nicht irgendwie Wind. Du mochtest keinen Wind. Ja, sag dich doch. Komische Techno-Mucke, die hier am Laufen ist. Maggi! Ero! Auf niederer Schimmer. Schmeck! So, jetzt prügel ich dich mal vom Himmel. Ja, das Sound... Also, ich will das auch nicht... Ich möchte auch nicht sagen, dass das Soundtrack schlecht ist. Ich möchte das... Oh! Ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie sich selbst die Mühe gemacht haben, einen neuen Soundtrack zu entwickeln. Also, nicht nur den alten zu resamplen, sondern halt eben auch einfach einen neuen herzustellen. Das finde ich cool. Das freut mich sehr. So, gucken wir uns noch hier mal ein bisschen um. was dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Ja, da gab es früher mal... Ich weiß noch, dass man früher auch einen Kran dafür hatte. Da muss man, glaube ich, Stangen hin und her bewegen. Und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Okay. So, den Arm heben, senken, Arrows aufnehmen oder absetzen. Aus Sicherheitsgründen ist der Arm nur innerhalb des gelb umrandeten Be- und Entladebereichs einzusetzen. Okay. So. Das kriegen wir hin. Gut. Dann kommen wir hoch da. Äh. Achso. Okay. Hab's verstanden. Jetzt hüpft sie da drauf. So. Und jetzt muss ich sie da rüber bewegen. So. Höhe ändern. Jetzt frage ich mich, wie weit kann ich den jetzt drehen? Ah. Okay. Das war ja doch ziemlich simpel. Weil wir vermutlich nicht das letzte Mal, dass wir ein Ärmchen bewegen mussten. Yay. Rüber da. Wieder ein Weg freigeschaltet. So herrlich. Wir sind oben. Ja. Egal. Okay. Das einklatschen hat Cloud auch noch nicht so richtig drauf. Was ist das? Oh. Das ist schön. so. Ähm. Wie waren das bei ihm nochmal? Ich glaube bei ihm war es ganz normal blitz. Ja. Welche? Protoauslöscher hatten wir noch nicht. Das heißt, ruhig nochmal analysieren. na, fuck. Jetzt habe ich nicht hingekuss. So, Magie. Blitz. Und im Shot. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Action machen. Fertigkeit, Mutangriff soll passen. BAM. Erwischt. Du bist besiegt. Du stehst so leicht nicht wieder auf. Ich gucke hier noch so ein bisschen nach links und rechts weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich immer irgendwelche Kisten oder so vergesse. Wenn das der Fall sein sollte, dann ruft mir das einfach zu. Ah. Seht ihr? Das meine ich. Sie leuchten zwar im Dunkeln, aber trotzdem. Sie kommen einfach so aus dem Nichts und sind dann plötzlich da. So, einmal hier durchquetschen. Es ist so dunkel hier. Seht doch keiner was. Kann man einer Licht anmachen, bitte? Ach so, ganz vergessen. Das Licht von Sektor 5 haben wir ja ausgeschaltet. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd gelaufen. Tja, und ohne Reaktor ist das natürlich noch ein bisschen kritischer dort unten. Normalerweise müsste, ach so, ne, unterhalb dieser Straße sehen wir natürlich nichts. Die sind eigentlich finde ich schon locker gemacht. gut. Ja, bin daneben geschlagen. Ich frage mich gerade, habe ich jetzt irgendwie zwischenzeitlich nochmal ein Level abbekommen? Ha, hat er. Das heißt, wir können die Nagelkeule aufwerten, weil die Nagelkeule hat hier nämlich noch ein bisschen coolen Kram und zwar kritischer Trefferschaden plus 25% ist schon eine krasse Nummer. Die will ich auf jeden Fall dabei haben. Auch wenn das jetzt nicht die coolste Waffe ist, die man die Cloud haben kann. Wir können auch einfach mal Eris nochmal aufwerten. Ich meine, da haben wir noch gar nichts gemacht. Schlau wie ich bin. So, weil hier haben wir nämlich ja, Baloo ist, soweit ich weiß, ist der PC und der Xbox Support eigentlich angekündigt, aber nicht innerhalb des nächsten halben oder ein Jahr. Also es ist erstmal ein Playstation 4 Exclusive und soll dann später noch neue Ports bekommen. Also kann durchaus möglich sein. So, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Schaden von Angriffen, erlittener physischer Schaden beim Blocken, zusätzlicher Materia Slot, na das nehme ich doch sowieso schon mal sehr gerne. Wo habe ich ihn denn? Da. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann nehmen wir magische mit TP ist nicht so schlimm. Magie Abwehr erhöhen ist gut. Physische Abwehr ist auch gut. Magische Attacke auf jeden Fall, weil ihr auch Zauber nutzt. MP Maximum, wie gesagt, sie ist eine gute Magierin, das sollte man nicht links liegen lassen. 8 Punkte habe ich noch, das heißt, da drüben bringt mir nichts mehr. Ja, komm, dann machen wir das hier jetzt, ich glaube, das ist hier noch eine Sache. Genau, dann geben wir ihr noch das TP Maximum erhöhen und dann ist gut. Dann können wir hier nämlich jetzt nochmal eine weitere Materie einsetzen. Dafür gucke ich erstmal, was Cloud hat. Cloud hat Glut, Luft behandeln und Gewitter. So, Eris. Genau, Eris nimmt auf jeden Fall jetzt Vita dazu. Gewitter, Frost ist schön und gut, aber Gebet hat mir jetzt irgendwie noch nicht so viel gebracht. Vor allem ist eine Fähigkeit Gebet. Wie viel kostet denn die Fähigkeit eigentlich? Kann es sein, dass sie zwei Dings kostet? Ne, ich glaube nicht. Geben wir ihr noch heilen? Ich glaube, ja, doch, wir geben ihr heilen, weil Cloud hat nur Anti-Dot und von ihm kommt glaube ich auch so ziemlich der meiste Schaden. Hier unten sieht es mir auch schon wieder aus, dass die Kisten gibt. 1000 Gil, das hat sich gelohnt. Endlich ist unser Gil-Vorrat wieder ein bisschen aufgefrischt. Aber dieser Spruch, den Cloud vorhin einem älteren Typen entgegen gefeuert hat, ist schon eine dreckige Nummer gewesen. So, hier dreiteilt sich unser Weg irgendwie. Okay, hier ist nichts. Den gucken wir mal den hinteren. Nee, nee, wir gehen hier erstmal runter, weil das sieht mir so aus, als wäre das der falsche Weg. Achso, sehr gut. Es gibt hier eh mehrere Wege. Scheinbar. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist okay. Ich wollte eigentlich nur diese Kiste holen, weil ich schon, ich habe diese Kiste gerochen. Auf Entfernung. Ah, hier drüben liegt noch eine Materia da hinten irgendwo. Hier sind auch noch Pisten. Da ist unten Mogrimünze drin. Naja, oder auch einfach nichts. Äh. Da ist der Weg. Ich glaube, wenn wir zurückgehen, dann stehen diese beiden auf. Mal kurz hier weg, weil die gleich wieder auf die Idee kommen, irgendwie Grip zu sprühen. Sage ich doch. So, Maggi. Ruhig Blitz rar. Also, der explodiert jetzt gleich. Da muss ich jetzt aufpassen. Jetzt geht er hoch. Jetzt geht er hoch. Er geht doch nicht hoch. Ich dachte eigentlich, dass er explodieren wird. Egal. Hm. Doch einfacher als gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass da ein bisschen mehr bei rum kommt. So, jetzt müssten wir eigentlich hier gleich an der Stelle sein. Da unten ist die Materia. Ah, und da ist wieder so ein Ärmchen. War ja klar. Wie kommen wir denn da hin? Hier gibt es eine hätte ich hier nee die ist runtergelassen. Okay, probieren wir es nochmal. Der Container. Okay, Eris aufheben und Container aufheben. Das habe ich jetzt zur Auswahl. Ja, Kiste mit wundervollen nichts. Das ist gemein. So. Na klar. Das war der Teil, an dem wir können jetzt ich würde behaupten zweimal lang gehen. Ja, wer baggert noch so spät geht dort am bagger loch. Es ist der cloud mit dem bagger und der baggert noch. Ja, komm, du gehst da runter und ich mache den recht. Perfekt. Das wollte ich hören. Dich lege ich mal hier so zur Seite. So, weg mit dir. Dich brauche ich jetzt nicht mehr. Äh, steh man nicht so im Weg. Gut. Einmal bitte Eris Eris aufheben. Komm auf das Ärmchen. Das ist cool, ne? Ja, das ist schon ein bisschen gruselig, aber es ist irgendwie auch mega cool. So, jetzt fahren wir hier zur Seite. Bombs. Wir mal bis zum Anschlag. Wie, wie schnell kann ich das Ding hin und her bewegen, bis Eris auf einmal voll den Schüttel Okay. Es sind noch Gegenstände vorhanden, die mit dem Greifarm errichtet werden können. Erreicht werden können. Wenn du Eris absetzt, kannst du den Greifarm Nein. Okay. Hab's verstanden. Dann muss Eris wohl Ah, okay. Hab's verstanden. Eris hier erstmal wieder runter. So, dann nehmen wir den, äh, nehmen wir die Kiste, weil wir können wahrscheinlich, weil wenn wir Eris nur an den Sicherheitsplätzen abliefern, äh, ablegen können, rum, dann müssen wir die Kiste hier rüber transportieren. So. Jetzt können wir Eris aufnehmen. Hüpf drauf. Wir machen dir eine ganz gemütliche Fahrt draus. Boom. Nur damit das gut wird. Ja. Versiegelung, das klingt doch interessant. Schafft. So, jetzt komm wieder auf die Ärmchen. Komm, komm, Eris, komm. Meine Freundin ist begeistert von Bottis. So. Jeder durch. Mach das da. Los. Ich finde das herrlich, was müsste man mit den Dingern machen kann. Aber ist gut programmiert, muss ich sagen. Muss ich jetzt den gesamten Weg alleine locken? Ah, nee, sie hat hier die Leiter auch runter gelassen. So, dann lassen wir uns hier mal kurz runter sliden. Und sind voll in der Sackgasse. Nee, Glück gehabt. Dann mal hinauf. Gut. Äh, Moment. Okay, hinterher. Sind wir zum Glück nur 300 Meter. Ha. Sackgasse. Nichts unbeobachtet lassen. Immer schön gucken. Links, rechts. schnell. Ich bin hier schnell. Na gut. Ich bin hier schnell. Oh, Ratten. Wo Ratten sind, gibt es auch Essen. Und zum Schluss war es wieder der richtige Weg. Oder der richtig falsche. Mal gucken. Der führt ziemlich weit, der Weg. Moment, dann will ich doch wieder zurück. Kann ich bitte wieder zurück? Danke. Ich finde, diese Eigenschaft sollte Eris häufiger machen. Sich einfach transparent machen und Gegner einfach durchlassen. Auf die Art und Weise würde sie doch gar keinen Schaden mehr bekommen. Das wäre voll praktisch. Warum macht sie das auf solchen Stegen? Aber nicht, wenn es nützlich sein könnte. So, mal gucken. Ah, hier ist ein Vendor Automat. Hier kann man Sachen kaufen und sich ausruhen. Das nutze ich doch mal als Gelegenheit. Einmal um uns auszuruhen. Und auf der anderen Seite, um hier noch mal einen kleinen Cut einzuschieben. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Let's play Final Fantasy 7 mit Aeris und Cloud auf dem Weg zum One Market. Yay!